heute geht es um eine romantische liebe hier sind wahre gefühle deine gefühle sind echt und wert näher erforscht zu werden in der liebe geht es jetzt darum in die kommunikation zu gehen kommunikation mit deinem wunschpartner oder seelenpartner wird auf jeden fall kommen löse dich jetzt von deinen ängsten heile deine ängste schaue ganz genau wo hast du noch ein gedanken karussell wo bist du noch in einen kummer gefangen hier kommt das glück hier kommt ein liebevolles gespräch freu dich darauf hier sind liebesgefühle nicht nur bei dir sondern auch bei deinem gegenüber